Ich weiß nicht, was uns das helfen soll, aber wir haben hier noch, können mit dem vielleicht nochmal reden, da haben wir die Ratze, vielleicht kommen wir die Ratze mit, wir haben hier Käsereste, vielleicht kommen wir dann in die Kiste, dann mach es auf. Aha, okay, jetzt mit dem Stockstil, eine Rattenfalle brauchen oder was? Ah, ja. Okay, Ratte ist bei dem Käse. Vielleicht noch einen Faden, mit dem Stock, okay und jetzt können wir die Faden auch auslösen, wenn die Maus da ist. Ah, okay. Maus in der Schachtel, Hurra. Anu, hat sie mal ausgefangen. Tja, ja. Kann man die Schachtel mitnehmen? Was genau hat uns das jetzt gemacht? Und wie, wenn wir die Schachtel nicht mitnehmen können? Ich bin nicht in meinen Schachtel. Ich bin nicht in meinen Schachtel. Und nicht in den Schachtel. Ich bin nicht in der Schachtel. Oh, Herr. Ich bin nicht in die Schachtel. Wie soll uns das jetzt hier weiterhelfen? Können wir die Ratte mitnehmen? Aha, ok. Jetzt haben wir eine Ratte. Aber was soll das bringen? Hat jemand noch eine Ratte in der Suppe? Okay. Wird es eine Suppe bestellen und da ist eine Ratte drin oder wie stellt man sich das vor? Ja? Ja, boy? Die Vichy-Swas. Lass mich mal sehen, wie er ist. Wie ist die Vichy-Swas, Bernard? Excellent, Sir. Wollt ihr nicht? Ich denke, ich werde. Oh, mein Gott! Welcher Art dementsprechende Rezeptbuch benutztest du? Sie sind Feuer! Aber, Sir... Aus! Aus meiner Sicht! Okay, ich denke, wir haben noch einen Job. Und wer ist da jetzt los? Kannst du dich beim Antmelden? == Aus meiner Sicht! Was ich von der Schritt für dich? Also, hier ist dein Rezept. Er... Ich bin wirklich nicht so hungry. Ja, ich bin... Hey, kann man auch ein wenig? Ein bisschen. Wie solltest du ein ganzes Samen in der fast-paced world of Pub-Food-Cuisine? Siehst du, dass es in der Küche gibt? Ja, sind Sie interessiert? Ich weiß nicht, wie viel es betrifft? 420 Stück von 8 pro Woche. Die erste Woche betrifft in advance. Natürlich, ich gebe es einen Schiff. Okay, ich brauche es für ein Schiff. Sehr gut, das ging mit Geld und dann können wir ein Schiff scharptautern. Nice, auf gehts. Oh, jetzt haben wir schon Geld. Gleich aus dem Fenster verschwinden. So macht man es. Wo ist es bezahlt? Wer macht denn sowas? Setzen wir die Säge und hauen ab. Der wird wütend auf uns sein. Aber was soll's, wir sind gleich weg. Haben nicht vor, wieder zu kommen. Insofern wir ein Schiff kriegen. Das ist ich wieder. Ich verstehe. Was kann ich für Sie in diesem Zeitpunkt machen? Was kann ich für Sie in diesem Zeitpunkt machen? Sekunde, ich würde gerne filmen. Aha. Sehr schön. Warum kann ich nicht scharter Ihren Schiff? Wie ich gesagt habe vorher, Mann. Ich habe meine Glückwunsch. Ich, der hat die Weltseilungsschläge gesehen. Aha. Aha. Es ist doch nicht. Ah, okay. Sekunde. Er hat irgendwas, ein Auge, irgendwas verloren. Okay. Bye, Mann. Komm mal. Vielleicht können wir ihm... Vielleicht können wir ihm... Nein, er ist nicht hier geblieben. Oder noch ein... Ein Auge des Irgend... Vielleicht können wir das... Danke, Mann. Damit er was liegt. Damit er was liegt. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein Schiff. Du bist in Glück, mein Freund. Ruhig hat es, dass Lagos aus dem Eiland wurde. Also ich bin jetzt frei, wieder zu fahren. Nur das Problem ist, dass du nicht wie der Typ, der 20 Stück von 8 hat. Eigentlich habe ich so viel. Da haben wir sogar noch ein bisschen Geld übrig. Sehr schön. Kapitel 2. Teil 2. 4 Kartenteile. Okay. Siege auf und davon. Oha. Also. Und jetzt werden wir den alten Blöden blöden? Oops. Aha. Ich will ignorieren diesen Kommentar nur noch einmal, Largo. Nur weil sie mir sagen, dass du gefunden hast, Guybrush Threakwood. Es ist Threepwood. Und ich finde ihn auf Skab Island. Sehr gut. Niemand bekommt die Hand auf der Chuck, ohne zu bekommen, was er verdient. Ich möchte Guybrush von mir gebracht, und ich möchte ihn wieder zurückgebracht. Ich versuche das zu dir. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guybrush Threepwood ist fertig. Ich brauche dich, um mich zu entwickeln, eine sehr spezielle Dahl. Mit Freude. Ich gehe nach Beigwa. Oha. Willkommen zum Jally Raster. Wo willst du gehen? Geht direkt los. Äh, ja, was sind meine Möglichkeiten? Ich weiß nicht. Was sind meine Wahl? Ich weiß nur, wie zu den Trier-Islanden kommen. Was sind sie? Ja. 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 Das klingt auch spannend. Ich weiß schon, wo wir landen werden. von Fett Island. Scamp Island. Scamp Island. Booty Island. WoDOOT... Die wollen natürlich gehen. Und ich weiß, wo uns den Vleren hinbringen wird. das sind jetzt wo dann gefährt oder was ja ein zurückweg fährt er da also naja nicht gerade den direkten weg ok jetzt sind wir auf Booty Island und jetzt sind wir auf Booty Island angekommen und wir sind hier älter Mann mit Kanone ja ja gee wonder if he's loaded Ich habe es gesagt, hallo, da. Ich habe es gesagt, hallo, da. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Kannst du das mal sagen? Ich habe gesagt, hallo, da. Mein Name ist Threepwood. Oh, hallo, da, Threepwood. Du bist in die Stadt von Mardi Gras? Dann, Tullis. Wenn es ein Party ist, ich bin da. Wenn es ein Party ist, wenn es ein Party ist, ich sehe, dass Herr Marley ein Super Shindig auf der Mansion ist. Wie weiß ich so viel über Party? Ich war der Gouverneur von dieser Isle, aber ich hatte nie Zeit, um hier zu kommen, um die Party zu besuchen. Also, ich verletze. Und jetzt, ich schaue für die Mail-Boat. Das reminds mich, ich muss zurückkommen. Ja. Hä? Was war das? Hey, old man. Wie geht's mit dem Cannon? Wie geht's mit dem Cannon? Wie geht's mit dem Cannon? Mein Name ist Augustus de Watt, nicht Old Man. Und diese Cannon ist nur für die offiziellen purposes. Ah. Hallo wieder. Wie geht's mit mir? Und was sind die offiziellen dieser Cannon? Ich habe das Wasser gesehen. Und wenn das Mail-Boat kommt, dann schlaue ich diesen Cannon. Dane Schiff, drei Tage später. Hm. Das ist Post-Boat-Rosing. Aha. Aha. Du hast einen Bruder named Marty, hast du? Du hast nur Marty, die ich weiß, ist... Mardi Gras. Wer? Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Du bist hier für Mardi Gras, nicht? Ja. Mardi Gras. Ist das die richtige Zeit für Mardi Gras? Son, es ist immer Mardi Gras auf der Booty Island. Das ist, wo ich jetzt gehe. Tschüss. Na gut. Entschuldigung, Mardi Gras. Entschuldigung. Der Signs sagt, die Booty Boutique. Memento Souvenir Artifacts. Na dann rein dort. Oh, Hallöchen. Gemischt Warenhändler oder was? Du hast diese Schönheit am Boden des Seals gefunden. Sie hat es richtig gut geschnitten. Ein Holzbein. Es wurde handelt von einem guten Freund von einer anderen Isle. Oh ja. Es sagt, Beware of Parrot. Ich habe ihn nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen. Entschuldigung. Es ist nicht für Verkauf. Oh. Na dann, ich glaube, ich kann es kaufen. Das wird fünf Stück von acht. Was? zwecher Glaube. Ich würde es besser schalten. Du hast es verloren. Es ist aus. 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 Wunderschönes Kind. Er ist mit seiner Reflexion. Wunderschön. 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 Sehr schön. Hey! Mach das nicht mit meinem Kind. Wunderschön. Herr Pauly mag diesen Schaum. Ja, er scheint sich mit seiner Reflexion zu lieben. Er mag es, wo es ist. Ich möchte diesen Schaum. Das ist großartig, hm? Schade, es ist nicht verkauft. Schau. Schau. Schau diese Balle. Sie sind von feinen, ironkasten. Das ist ein Schaum you got here. Dankeschön. Ich prüge mich auf die Qualität meiner Merchandise. Ich verkaufe nur die besten von Piraten Memorabilien. Auch die Trade-Innen sind erstens. Und ich mache immer die besten Sachen. Ich mache immer die besten Sachen. Wie kannst du das machen? Volumen. Ich muss jetzt gehen. Ich habe gesagt, dass diese benutzt werden als Form von Barter in den inneren Städten. Aha. Das ist ein Mark VII Devastator-Triple-Kanon-Placement. Wenn sie nur ein Schaum für die Fuse verlassen haben. Da oben haben wir noch nicht nachgeguckt. Peitsche. Indies Peitsche. Na sehr toll. Sehr gut. Tolle Anspielung. Ist das aus Steponia? Das ist ein Schaum, das ich von den übrigen Precipes in Europa genommen habe. Aber ich habe es nie gehört. Sie nennen sie es jetzt. Sie nennen sie es jetzt. An Steponia 1, wo er dann mit dem Kart dort lang fährt. Mindkart. Steponia gab es um die... Als das Spiel entwickelt wurde, glaube ich noch nicht. Nein, nein. Mit Jana Jones gab es. Und sie sind groß für Partys. Es ist ergonomisch formuliert, um zu verbessern. Es ist eine Bildung eines Pirates mit Peg Legs. Ah ja. Ich bin nicht sicher genau, was das ist. Das ist der legendäre schwarze Schaum. Sie hat nie getroffen. Außer bei Kent. Hat es einen Namen? Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Nichts sagt, ein Schwebel muss einen Namen haben. Ich gebe eine Arab-Zustelle. Ich glaube, ich kaufe eine Säge. Ich will eine Säge kaufen. Das würde auch sinnvoll sein. Das wird 25 Pfeffer von 8. Oh je. Okay. Okay. Ich nehme es. Danke. So viel Geld haben wir? Ich nehme noch einen Holzmann mit. Ich würde gerne dieses Peg Legs kaufen. Ich habe nur eine von diesen. Also, ich muss es als Displaymodell halten. Alter. Ein Fass können wir bestimmt auch mal gebrauchen. Ich würde gerne dieses Pfeffer kaufen. Das ist eine meiner Lieblingsmöglichkeiten. Aber ich habe genug Backstock für sie. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Es sind 50 Pfeffer von 8. Okay. Ich nehme es. Ich bekomme dir einen von Overstock. Hier geht's. Danke. So viel Geld haben wir mit? Wo ist die Frage? Ich möchte, dass ich den Kennen gefunden habe. Ich habe nur einen von diesen. Also, ich muss es als Flammmutter halten. Da liegen drei. Und im Original. Auch im Original liegen da drei. Hm. Schon seltsam. Ich möchte diese Augenpacke kaufen. Eigentlich, die gehören zu meinem Sonne. Die sind nicht für Verkauf. Ich möchte dieses Mepp-Pieße. Das sind 6 Millionen Pfeffer von 8. Willst du es? Ich kann es nicht so viel kaufen. Sehr schlecht. Das ist Mist. Es bräuchte wirklich. Und was ist denn nicht die beste Dinge im Store? Ich kann die Pfeffer, oder? Ich möchte diese Pfeffer kaufen. Ich habe nur eine von diesen. Also, ich muss sie als Displaymodell halten. Ich möchte diese grossen Skull kaufen. Ich möchte sie hier kaufen, weil sie cool sind. Sie sind nicht für Verkauf. Ich möchte diese Maske kaufen. Okay. Also, er hat einen... Stell fest, er hat einen Laden, in dem er nichts verkaufen will. Nichts davon will er verkaufen. Ich möchte diese Pfeffer kaufen. Exzellente Wahl. Es sind 30 Pfeffer von 8. Okay. Ich nehme es. Lass mich dir einen von Overstock holen. Hier geht's. Ich kann den Anker kaufen. Ich möchte diesen Anker kaufen. Das ist groß, oder? Schade, es ist nicht für Verkauf. Ich möchte diesen linken Turn-Sign. Ich habe nur eine von diesen. So, ich muss sie als Displaymodell halten. So, können wir das Schild kaufen. Ich möchte diesen Anker kaufen. Das wird 5 Pfeffer von 8. Okay. Ich nehme es. Okay. Jetzt haben wir eine Säge. Eine gut polierte alte Säge. Eine Radkappe. Einen Piratenhut. Und eine Vorsicht vor dem Papageischild. Okay. Sehr gut. Kann man noch eine Radkappe kaufen? Ich möchte diese Hubkappen kaufen. Du hast bereits den letzten, den ich habe, für Verkauf. Ich brauche, zumindest eine für ein Display. Okay. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen könnten. Inspektiert bei 27. Beweis auf den Piratenhut. Das könnte eine schöne Wand machen. Es könnte alt sein, aber es ist noch schweinig und scharf. Beweis auf den Piratenhut. Ich muss erst mal den Kostümwerken unterscheiden. Entschuldigung. Ich möchte einen Kostümwerken mit dem Kostümwerken ausgeben. Entschuldigung. Oh, Mist. Ich möchte einen Kostümwerken. Ich möchte einen Kostümwerken. Ich möchte einen Kostümwerken. Aber Sie haben viele Kostümwerken. Sie haben viele Kostümwerken. Sie sind alle Kostümwerken und warten zu werden. Warum sind Ihre Kostümwerken so populär? Ich bin der einzige Kostümwerken in einem 5-eislanden Radius. Und besides, jeder, die jemanden ist zu der Mardi Gras Celebration bei Governor Marley's Mansion. Und ich weiß nicht. Ich würde sehr, sehr gerne eine Kostümwerken. Wenn du nicht eine Kostümwerken hast, dann hast du keine Kostümwerken. Ich muss eine Kostümwerken. Du kannst nicht sehen, dass ich bin. Ich muss eine Kostümwerken. Die nächste Kostümwerken. Meine Leben depends auf eine Kostümwerken. Die nächste Kostümwerken. Ich habe noch eine Kostümwerken. Du hast noch gefragt, dass ich eine Kostümwerken? Ja gut. Nicht, dass du keine. Derhoot kann ich sehen, dass ich arbeite? Ichuche ein Kostümwerken. Ich habe sagten, wir haben noch mehr Kostümer. Also ... Also ich würde mal sagen ... Ich glaube, das bringt nichts. Ich sollte erst mit dem Schwerker schauen. Ich sollte mit dem Schwerker schauen. Ich sollte mit dem Schwerker schauen. Ich hatte einen wie das, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht, ob ich diesen kann. Ich habe einen wie das, als ich ein Kind war. Ich habe einen wie das, als ich ein Kind war. Ah, okay. Könnte ich einen von diesen Schwerker haben? Ja, okay. Könnte ich einen von diesen Schwerker haben? Hey, diese Dinge kostet Geld. Könnte ich einen von diesen Schwerker haben? Hey, diese Dinge kostet Geld. Ich bin interessiert, um ein Schwerker zu schweren. Great. Nicht viele Leute wollen einen Schwerker zu schweren. Schwerker zu schweren. Schwerker zu schweren, um meine Glück zu schweren. Aber wir sprechen zuerst. Mein Schwerker ist 6.000 Stück von 8. Denkst du nicht, 6.000 Stück von 8 ist ein bisschen hoch? Nein, ich habe nicht. Ich habe nicht so viel. Ich glaube, dass du dann etwas mehr findest. Schau es aus. Schwerker zu schweren. Schwerker zu schweren. Schwerker zu schweren. Schwerker zu schweren. Ich bin interessiert, um ein Schwerker zu schweren. Great. Wie ich erwähnt habe, meine Schwerker ist 6.000 Stück von 8. Schwerker zu schweren. Gibt es dir recht? Schwerker zu schweren. Ich komme später zurück. Okay. Ich bin hier. Seht die Welt. Schau es aus. Schau es aus. Kruise. 3-Hour-Tour. Der letzte Tag, du hast mich von Fat Island. Okay, jetzt. Wer wird nächstes sein? Schau es aus. 3-Hour-Tour. Glast-bottom-boat.